...schultes Hilf. Auf der Wand 3 die deutsche Hochschulmeisterin Van Eski-Dockn und Kerstin Lange. Auf der Wand 4 sehen wir die Stadt hier für den deutschen Hochschulverband. Letztes Jahr war der Europameisterschaft noch auf der Kurzplan bereits im Finale über diese Strecke. Hier mit der Europameisterin mit der 4x200m Freistuhstaffel Daniela Schreiber. Auf der Wand 5 am Start für die SG Neukölln, Berlin, die deutsche Rekordhalterin, Doppel-Olympiasiegerin 2008 im Gegenteil, Britta Stiffel. Auf der Wand 6 vom SV Wittikei und fünfte bei der deutschen Meisterschaften in diesem Jahr Annika Ambrun. Auf der Wand 7 vom TSV Hochschulmeisterin, Berlin, die Juni und Europameisterin 2010 mit der 4x200m Freistuhstaffel, Theresa Miergens. Auf der Wand 6 vom TSV Hochschulmeisterin, Berlin, 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 Berlin Die Hauptzeit über die Allerwitter-Freispiele, der Name ist bei 53,3.0. Der Eichstaat ist hier bereits in der Schleswig-Holstein beim Wächter. Der Eichstaat ist in Singapur, die fassen wir so gut hier unter den Dorn geblieben und auch im Vorlauf an den Namen sich stellen. Ganz knapp nur über der Dornzeit geblieben, der lieber Schreiber. Und mit der Steffen, die jetzt beide hier ins Ziel gehen, auf dem Bahn M4 und 5. Der Eichstaat ist in der Schleswig-Holstein für die dritte Steffen. Das heißt, ich würde mich noch mal setzen für unsere Sekunde. Und auf Frank-Mela Schreiber mit 52,11 Sekunden halten Sie unter der geforderten Dorn für die Kurzbach-Weltmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank.